Ich will nicht, dass du stirbst, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll, wenn ein toter Mann auf dem Boden liegt, mein Bruder, Vladimir, Vorsicht, da steht Zombie oder Beißer genannt, an der Treppe, ah geil, ich glaube, ich sehe dich schon, ich bin hier, hallo, hi, hier, wo bist du, nein, hau noch nie ab, oh, Fickvieh, oh, du Zombie, so, boah, einige an Zombies hier wieder, alles Fleisch mitnehmen, also wo muss ich jetzt lang, du musst jetzt hier durch die kleine Lücke und dann an dem kleinen Haus ist eine Leide, ja, die sehe ich, und an der Leide musst du gucken, ob du hochkommst oder ob ich eben Dolz ganz schnell wegschlagen muss, was ist das denn, warum komme ich denn nicht hoch, oh, Fick, Mann, weil da eine Leiter fehlt wahrscheinlich, oder, kann das sein, ja, warte, ich habe Leitern im Inventar, ich versuche dir die mal runterzuwerfen, beeil dich, da kommen jetzt Zombies, ähm, Scheiße, es ist dunkel, hallo, ja, fuck, die wollen nicht da landen, wo ich will, ach, Mensch, ey, ne, die landen nicht nach unten, die wollen nicht nach unten fliegen, jetzt muss ich mal halt hier ein Loch irgendwo, aber jetzt unten auch alles, was soll ich bestimmt wetten, warte, nein, wenn ich nach unten gehe, ist ja auch scheiße, ne, ja, oder bau dir einfach Holz davor, genau, und, kann man nicht, dann machen eine Leiter im Schnee, ja, oder so, also, unselbst, unselbstständiger Junge, statt alles verstauen, bevor es weg ist, ja, so, dann gehe ich auch mal wieder hoch, siehst du, was ich gemeint habe, ja, habe ich gesehen, wow, fuck, hier ist ein Zombie drin, da ist die Frage, wie er hier reinkommt, ne, mal gucken, alles sichern, gut, hier ist keiner, hm, okay, äh, ja, Essen wieder wegpacken, ich habe ja jetzt genug, ne, mit, wieder gebracht, was ist das für eine Scheiße mit dem Leitern, ganz ehrlich, ah, da ist Essen, Essen, da ist Essen, keine Ahnung, was das ist, gut, das habe ich alles, ja, im Kühlschrank, da tue ich natürlich auch noch mein Fleisch wieder rein, habe noch ein bisschen was mitgebracht, vom Schwein, zu trinken, habe ich auch ein bisschen was mitgebracht wieder, ist ja ganz klar, ne, der will mich verarschen mit den Leitern, der will die nicht mehr an der Wand machen, hm, hä, doch, an Steinwand, man kann keine Holzleitern mehr an Holz machen, was ist das denn für eine Verarsche, okay, ja, doch, so kann ich die dran machen, aber wenn jetzt immer aggressiver, oder habe ich gerade hier nur so einen kleinen, okay, so, das haben wir auch, so, das habe ich nur Patronen, das Messer, für was hatte ich eigentlich Patronen jetzt mitgenommen, ah, hierfür, ja, da, noch ein Maschinengewehr, jetzt mal kurz gucken, wo die Sniper ist, da ist sie, so, Pistolenmunition habe ich dann natürlich auch gebracht, so, und jetzt noch die Pappgun-Munition, die ich auch noch bekommen habe, so, wie viele Tage leben wir eigentlich schon, äh, vier, vier, ja, erst, guck mal, hier ist mein Messer, kannst du da mitschlagen, ja, ja, kannst du mit schlagen, cool, cool, aber was tue ich mir auch erst mal weg, mal gucken, so, ach, sehr schön, also haben wir wieder Essen, dies, das, das, achte auch auf dein Essen, ne, oder hast du schon gegessen, ich habe vorhin schon mal gegessen, ich habe schon gegessen, okay, und noch voll machen, so, sehr schön, ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin, ein Lied aus alten Zeiten, das kommt mir nicht in den Sinn, ein Lied, ey, was, was ist das für ein Lied gewesen, das habe ich mal früher in der Schule gesungen, wirklich, ja, egal, ich dachte schon, was machst du denn jetzt auf einmal, ey, was ist das denn, aus dem Liederbuch, oder was, ey, ne, das hat meine Lehrerin genommen, um uns fröhlich zu stimmen, so, na, schön, du bist ja so ein Waldorfschüler, ja, du doch, fickt dich, du musst nicht so tun, als ob du nicht auf der Waldorfschule wärst, warst, hallo, warst, weißt du, wie lange es schon her ist, seitdem ich auf der Schule war, das ist schon richtig lange her, also, ja, und, ich verbitte mir die Rede, ja, kannst du auch Steam noch dazu stehen, das, aber auch so reden, kann ich nie mehr, das hört sich immer, ihrer Plattform, das ist keiner von den Auslandsreitern, hallo, aber die reden nicht so, hast du was gegen Auslands, fuck, was soll das denn, irgendwas wurde da oben kaputt gemacht, ey, Holz, achso, ne, oben kaputt, achso, oben, ja, ey, was wollte ich sagen, cool, ey, können wir theoretisch unsere Betten hier oben hin tun, ey, aber ist ja eigentlich egal, wo wir sehen tun, da, wo wir aufhören, fangen wir auch wieder an, verdammt, ich lieb dich, oh, jetzt, Alter, jetzt, heute, heute, ist wirklich dein Gesangstag hier, ey, ja, boah, furchtbar, ey, wird doch mal cool, ey, für dich soll es rote Rosen regnen, Alter, 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 ey, soll's echt Sänger werden, ey, bin ich doch schon, ah, genau, stimmt, in der Boyband, ähm, genau, äh, nicht As Five, äh, As Four, genau, wir sollten eine Boyband aufmachen, ey, auf YouTube, Gamestalk TV Boy Group, ne, die YouTube Boy Group, mit anderen YouTubern, genau, zusammen, das wär's, ey, und dann machen wir auch irgendwann so ein Casting, Deutschland sucht, ne, Deutschland sucht den, ja, genau, YouTube sucht den Superstar, ja, genau, aber, glaub mal gar nicht, dass ich irgendwie in der Jury sitze, ja, Alter, ich sitze irgendwo im Publikum und lache mich schlapp, ey, ne, da kommt's noch, aber ohne Spaß, was denn, das war echt Oberscheiße, so kommt dann, nein, Quatsch, ach, man soll's ja keinem nachmachen, wenn er kommt von dir, ja, ne, hörst du ja nicht gut an, also, das war jetzt nicht so, um hier auf YouTube, ne, zu bestehen, ne, wird das doch nicht ganz so, ne, also, für meinen Geschmack ist das jetzt nichts, ich glaub, ich geh erst mal Erdbeerkäse essen, ne, Erdbeerkäse, scheiße, ey, Hör, ich kann noch nicht lesen, was steht da, dein, 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 dein Terrarium, Alter, das ist so krank, ey, was steht da, zwei Minuten später, ich kann das nicht lesen, da guckt das von der Seite so an, so, das ist immer so geil, ey, boah, krank, ey, na, echt cool, Mr. Lava, Lava, Mr. Bombostik, das fand ich immer geil, wo Mr. Bean dazu getanzt hat, jo, das war richtig geil, ja, das stimmt, ja, komm mal, Mr. Bombostik, Börje aus Plastik, Ingmar aus Gummi, alle sind froh, nein, ach, ich kann, ich mach das nicht gerne so, weil es so, so ein ernstes Thema hier, was wir gerade spielen, und dann mal drüber lachen, hallo, ich könnte ja mal, was jetzt gut passen würde, weil wir haben jetzt noch immer noch Nacht, zum Beispiel das Lied, wann wird es mal endlich wieder Sommer, von Rudi Cornell, so, aber dann anders gemacht, sondern, wann wird es mal wieder endlich Tag, ein Tag, wie er gestern einmal war, oh, zack, ja, ne, ne, oh, es ist Sommer, zack, zack, es passt jetzt schon wieder nicht, hallo, hallo, es ist Dunkel, zack, Dunkel, genau, gehst du in die Stadt, zack, was macht dich da satt, ne, Currywurst, genau, Currywurst, so geil, ist echt cool, das Lied, das stimmt, ey, ja, oder von Udo Lindenberg, ähm, Sonderzug nach Pankow, ist auch eigentlich ganz cool, entschuldigen Sie, ist doch der Sonderzug nach Pankow, ist so geil, aber die anderen, die uns jetzt gucken, sagen, ey, was ist das denn für welche, Udo Lindenberg kennen wir zwar, aber was ist das, hören Sie sich solche Musik an? Nein, natürlich nicht, nur aus Spaß ab und zu, mal, wie gesagt, Wann wird's mal endlich wieder Sommer, ist auch ein geiles Lied, aber das können wir echt gut hier verwenden, Wann wird's mal wieder endlich Tag, ein Tag, wie er früher einmal war, Zonges Sitzung, und Essen suchen, und den ganzen Tag nur Holz abbauen, scheiße, ich kann das nicht, so, 7 Uhr, langsam könnten wir mal wieder, gleich rausgehen, ich nehme mal kurz noch ein bisschen was mit, hier eine Dose mal essen, Vorsichtshalber zu trinken, habe ich noch, Taschenlampe, dies, das, das, dann gehe ich halt mal wieder los, denke ich mal, bist schon oben? Ja, warte mal, ah, kaputt, komm hoch, die waren auf dem Dach, einer hat mich geschlagen, der hier, ich kann schon was sagen, du kackst ja fast wieder ab, ey, so, ich baue mal weiter, ne, ja, und I go, under the, in the other town, ah, scheiße, jetzt komme ich wieder nicht, warum muss ich wieder den Schleitersprung hier machen, ey, ah, der ist so scheiße, okay, jetzt frage ich mich, was, oh, fuck, 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 ich muss die Tablette nehmen, aber ich habe, glaube ich, kein, oder? Nein, fuck, ey, ah, scheiß doch die Wand an, ey, ich habe keinen, jetzt darf ich bloß keinen Zombie töten, ey, ich muss einen Painkiller eigentlich nehmen, so, okay, dann gehe ich mal wieder los, ich hoffe es mal, ich schaffe es, wenn nicht, bin ich halt tot, ah, ist wie ein Schwein da hinten, wieder essen für uns, wir müssen uns mal so eine Lagerfeuerstelle kaufen, damit wir das Schweinefleisch mal endlich mal braten können, du kaufst dir eine Lagerfeuerstelle? äh, bauen meine ich, oh, oh, Biene, 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 Biene in am Marsch, mit so wenig Leben, natürlich richtig tödlich, ach, das ist doch kein Problem, wollen wir mal Glück gehabt, guck doch, mein Name ist Mareike, klar, ich habe ein bisschen Honig, sehr schön, du hast ein bisschen Honig in der Tasche, genau, mein Name ist Mareike Amado, ist die Mini-Playweg-Show, nein, das war kein Problem, ich fand eine Mini-Playweg-Show, das kenne ich ja selber noch, fand ich auch geil, und ich fand das hammergeil immer, dann kam die immer als Elvis oder so davor, voll cool, jo, ey, voll peinlich, die alte Oma, nichts gegen sie, aber, also, manchmal sah es schon ein bisschen, haha, aus, ein bisschen sehr, sehr komisch, aber dann gut, das sind halt so Sendungen, die gibt es halt nie mehr, leider, kennen auch wahrscheinlich keine Zuschauer mehr, so viele, das stimmt, heutzutage, die Jüngeren nicht mehr, wobei, ich kann eigentlich noch nicht von Jüngeren sagen, ich bin ja selbst noch jung, aber ich kenne es selber, genau, aber es ist halt so, das stirbt alles so ein bisschen aus, das Ganze, immer mehr die Serien aus Amerika nur, die auch alle auch gut sind, aber halt irgendwie, nichts mehr irgendwo, wo man sagen kann, boah, da freut man sich Samstagabend drauf, um 20.15 Uhr, ne, wenn das langweil, oh, da ist der Hund, da ist der Killerhund, boah, den hab ich jetzt, wenn das, ne, das ist auch nicht mehr das, was es mal war, muss ich sagen, früher gerne geguckt, jetzt mittlerweile, mit Marcos Land, hallo, liebe Zuschauer, ich kann, Marcos, sonst kann ich, ne, weiß, was ich für eine Idee habe, dass die Zombies erst mal gar nicht aufs Dach kommen, wenn ich das fertig habe, ich brauche zwar noch Holz, ich mach da Stacheln oben drauf, okay, erst mal, dann nachher noch, also wenn ich Holz hätte, denn Stacheln, Stacheln, aber da musst du aufpassen, Stacheln sind ja echt tödlich, ja, aber du kennst mich ja, ich bin, Vorsicht in Person, so, das Holz möchte bestimmte Reichen, aber ich möchte gucken, ob ich Post bekommen habe, ah, ne, doch nicht, hab ich nicht, nur ein leeres Blatt wieder, da muss ich auch nochmal gucken, wofür die eigentlich, so Sachen, nicht,